Europa-Debüt des Kia Optima Plug-in-Hybrid war 2016 in Genf. Der Plug-in Optima ist motorisiert mit einem 2-Liter-Vierzylinder-Benzin-Direkteinspritzer. Dieser Motor leistet 154 PS bei 6000 Umdrehungen. Der Antrieb über den 50 kW Elektromotor ist im 6-Gang-Automatikgetriebe integriert. Eine Aufladung der Batterien über die Haushaltssteckdose ist bereits nach 3 Stunden erledigt. Das war die Haushaltssteckdose. Der Moment der Batterien über die Haushaltssteckdose ist bereits nach 4 Stunden erledigt. Die Haushaltssteckdose ist bereits nach 5 Stunden. Die Haushaltssteckdose ist ein neues Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank.